Die Pol-Umkehr von Nord- und Südpol steht wohl an und das wird weitreichende Folgen haben. Die letzte Umpolung für einige Jahrhunderte geschah vor rund 40.000 Jahren und selbst die hatte weitreichende Folgen für das Leben auf der Erde. Wie wahrscheinlich ist eine Pol-Umkehr in der nahen Zukunft und mit welchen Folgen müssen wir also jetzt rechnen? Clixoom Science & Future. Hier gibt's dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Das Erdmagnetfeld ist ein super wichtiges Schutzschild für das Leben auf der Erde, denn es schützt uns vor der harten kosmischen Strahlung aus dem Weltall und sorgt dafür, dass gefährliche Sonnenwinde abgelenkt werden. Diese geladenen Teilchenströme werden von der Sonne in alle Richtungen ausgestoßen. Diese hochenergetischen Teilchen stellen eine riesige Gefahr für unsere Infrastruktur dar, denn sie können nicht nur unsere Stromnetze, sondern auch Satelliten beschädigen oder gar komplett zerstören. Doch die Fachwelt weiß schon seit längerer Zeit, dass das Erdmagnetfeld sich verändert. Es hat sich im Laufe der Zeit sogar schon mehrmals komplett umgepolt. Heißt also im Klartext, das Erdmagnetfeld ist nicht immer gleich intensiv. Im Laufe der Zeit kam es immer mal wieder zu Phasen, in denen es schwächelte. Teilweise kam es sogar zu einer kompletten Umpolung des Erdmagnetfeldes, so beispielsweise vor 780.000 Jahren. Der magnetische Nordpol wurde hier also zum Südpol und umgekehrt. Bei manchen dieser Ereignisse hielt eine solche Umpolung sogar über Jahrmillionen Jahre an. Doch das ist nicht immer der Fall. Mehrfach fanden außerdem auch kürzere Polsprünge statt, die Fachleute auch als sogenannte Exkursionen bezeichnen. Nach einigen hundert Jahren springt das Magnetfeld dabei wieder in seine alte Polung zurück. Was bedeutet solch ein Ereignis für das Leben auf der Erde? Gab es Anzeichen im Vorfeld, dass eine Umpolung bevorsteht? Und wie wahrscheinlich ist eine Umpolung in der nahen Zukunft? Antworten auf all diese Fragen gibt es in diesem Video. Forschungsteams weltweit sind sich jedenfalls dem Risiko einer Umpolung bewusst und versuchen unter anderem die zeitlichen Verläufe einer solchen Umpolung zu verstehen. Denn trotz intensiver Forschung sind die geometrische Struktur, das Timing und die Dauer der Polumkehr noch immer nicht im Detail verstanden. Ein australisches Forschungsteam hat sich eine magnetische Exkursion jetzt genauer angeschaut, die rund 42.000 Jahre zurückliegt. Die Magnetfeldstärke war hier auf rund 28 Prozent ihres ursprünglichen Wertes abgesunken und die Umpolung dauerte rund 800 Jahre. Die Fachleute interessierte vor allem, wann genau dieses Ereignis stattfand, wie lange es dauerte und welche Folgen diese Umpolung für das Leben auf der Erde hatte. Dazu untersuchten sie ganz besondere Zeitzeugen, die sogenannten Kauribäume in einem Sumpf in Neuseeland. Denn diese waren tatsächlich in dieser Zeit der Polumkehr gewachsen und wurden durch den sumpfigen Grund dann konserviert. Und das muss man sich mal vorstellen, einer dieser fossilen Bäume war 1700 Jahre alt geworden. Ein großes Glück für die Fachleute, denn das Gewebe eines solchen Baumes kann somit Hinweise auf die Zeit des sogenannten La Chambre-Ereignisses geben. Die Rede ist von isotopischen Zeugnissen und genauer gesagt ging es dem Forschungsteam um den Gehalt des Isotops Kohlenstoff 14 in den Jahresringen des Baumes. Durch diese Analyse gelang es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern also auf die Zeit der Umpolung zurückzublicken. Denn wenn das Magnetfeld der Erde schwächelt, führt die kosmische Strahlung dazu, dass Stickstoffatome zu Kohlenstoff zerschlagen werden. So wird dann also vermehrt von dem Kohlenstoff 14-Isotop in der Erdatmosphäre gebildet. Und tatsächlich führte diese Analyse zu einem interessanten Ergebnis. Dazu Chris Turney, der an der aktuellen Studie beteiligt war. Zum ersten Mal können wir den Zeitpunkt und die Auswirkungen der letzten Umpolung des Erdmagnetfeldes präzise bestimmen. Den Untersuchungen zufolge hatte sich bereits in der Zeit von vor rund 42.350 Jahren eine enorme Zunahme der C14-Werte in der Erdatmosphäre zugetragen. Die Umpolung selbst fand dann vor 41.500 Jahren statt, wie das Forschungsteam in der aktuellen Studie schreibt. Heißt also, das Erdmagnetfeld muss schon im Vorfeld der Umpolung extrem an Intensität verloren haben. Dazu Chris Turney selbst. Während dieses Adamsereignisses fiel die Feldstärke des Erdmagnetfeldes auf nur noch 0 bis 6 Prozent. Im Prinzip hatten wir zu dieser Zeit gar kein Magnetfeld mehr. Unser Schutzschirm gegen die kosmische Strahlung war komplett weg. Und das blieb natürlich nicht ohne Folgen für das Leben auf der Erde. Tatsächlich zeigen die Analysen des australischen Forschungsteams, dass sowohl das Erdklima als auch die Umweltbedingungen erheblichen Veränderungen unterworfen waren. Es kam zu einem regelrechten Bombardement kosmischer Strahlung. Dies führte zu einer sogenannten Ionisierung der Atmosphäre. Die Sauerstoffmoleküle in der Erdatmosphäre wurden auseinandergerissen und die Elektronen abgetrennt. Lichtemissionen wurden dadurch verursacht. Und genau dieser Prozess wird unter Fachleuten als Ionisierung beschrieben. Es kam zu einer Verdünnung der schützenden Ozonschicht. Die Teilchen, die bei diesen Prozessen entstanden, führten dann in Verbindung mit dem geschwächten Magnetfeld zu Polarlichtern über dem ganzen Globus. Da die Atmosphäre in diesem Zeitraum sehr stark elektrisch aufgeladen war, kam es zu krassen Leuchtphänomenen, wie beispielsweise Blitzen. Dazu schreibt das Forschungsteam, die ungefilterte Strahlung aus dem Weltraum riss die Sauerstoffmoleküle in der Erdatmosphäre auseinander, trennte Elektronen ab und verursachte Lichtemissionen. Die frühen Menschen müssen eine unglaubliche Aurora gesehen haben. Leuchtende Schleier und Schlieren am gesamten Himmel. Den Menschen muss es vorgekommen sein wie das Ende der Welt. Für diese Untersuchungen waren die Kauribäume den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sehr hilfreich. Das überraschte sogar das Forschungsteam selbst. Diese Kauribäume sind wie der Rosetta-Stein. Sie helfen uns, Zeugnisse von Umweltveränderungen aus Höhlen, Eisbohrkernen und Torfmooren rund um die Welt zusammenzubringen. Die Modellsimulationen offenbarten außerdem auch noch, dass sich durch diese Vorgänge in der Atmosphäre auch das Klima veränderte. So führte der Einstrom ultravioletter Strahlung dazu, dass das Klima in den gemäßigten Breiten der Südhalbkugel kühler und trockener wurde. So auch in Australien. Die Gletscher auf der Nordhalbkugel rückten dem Forschungsteam zufolge vor. Dazu heißt es, das Adamsereignis scheint einen bedeutenden klimatischen, ökologischen und archäologischen Umbruch zu repräsentieren, der bislang weitgehend unerkannt geblieben ist. Die Forschenden vermuten sogar, dass diese Veränderung auch Einfluss auf die Entwicklung der Tierwelt und der Menschheit gehabt haben könnten. Denn zu dieser Zeit geschahen einige gravierende Dinge. Beispielsweise starben in Europa die Neandertaler aus und in Australien die Megafauna. Zudem wissen wir, dass zu dieser Zeit die Menschen in Südostasien und Europa vermehrt Höhlen aufsuchten und deren Felswände bemalten. Dazu heißt es in der Studie, insgesamt wecken diese Ereignisse wichtige Fragen über die evolutionären Auswirkungen von geomagnetischen Umpolungen und Explosionen im Laufe der Erdgeschichte. Die große Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass in nächster Zeit eine Umpolung des Erdmagnetfeldes ansteht? Da die Forschungsteams weltweit wissen, dass das Magnetfeld alles andere als stabil ist, suchen sie intensiv nach Anzeichen, die auf eine weitere Umpolung hinweisen könnten. Als Indizien für eine erneute Umpolung gilt beispielsweise die deutliche Abschwächung des Magnetfeldes. Als ein weiterer Hinweis wird auch die Erkenntnis gedeutet, dass der magnetische Nordpol derzeit schneller wandert, als man erwartet hatte. Doch die Fachleute selbst sind sich nicht einig, wie genau diese Symptome interpretiert werden sollten. Handelt es sich also nur um eine Schwächephase, die wieder vorbeigeht oder handelt es sich tatsächlich um Vorboten, die auf eine Polumkehr hindeuten? Durchschnittlich gesehen findet eine Umpolung alle 500.000 Jahre statt. Die großen offenen Fragen dazu, gibt es im Vorfeld überhaupt Anzeichen oder verläuft eine Umpolung sehr schnell. Studien, die bisher zu diesem Thema veröffentlicht wurden, kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Eine Studie aus dem Jahr 2014 geht beispielsweise davon aus, dass die jüngste Umpolung sehr, sehr schnell abgelaufen sein muss und zwar innerhalb von nur 100 Jahren. Eine Hypothese, die manchen Fachleuten den Schlaf raubt, denn Zeit für Warnungen oder Anpassungen bliebe unter diesen Umständen kaum. Es gibt aber auch andere Studien, nach denen solch eine Umpolung Jahrtausende dauert. Wie lange dauert dieser Prozess? Also tatsächlich genau dieser entscheidenden Frage ist der Forscher Brad Singer vor zwei Jahren 2019 zusammen mit seinem Team nachgegangen. Dafür wurden Sediment- und Eisbohrkerne analysiert, die von Vulkanausbrüchen stammen, die vor etwa 700.000 bis 800.000 Jahren stattgefunden haben. Die Fachleute können unter anderem durch die Ausrichtung eisenhaltiger Minerale in erstarrter Lava eine solche Polumkehr rekonstruieren. Dazu Brad Singer. Lava Ströme sind ideale Zeitzeugen für das Magnetfeld, denn sie enthalten viele eisenhaltige Minerale und wenn diese erkalten, konservieren sie Richtung und Stärke des gerade herrschenden Magnetfeldes. Die Analyse offenbarte etwas Überraschendes. Demnach dauerte eine Polumkehr wohl deutlich länger, als man bisher angenommen hatte. Konkret konnten die Forschenden die jüngste Polumkehr ins Visier nehmen, die vor rund 780.000 Jahren stattgefunden hatte. Also diese, die dann länger gehalten hat. Und diese hat laut der aktuellen Studie, Achtung, mindestens 22.000 Jahre lang gedauert. 18.000 Jahre lang erfolgte wohl zunächst eine Phase der Instabilität. Daraufhin folgte der Wechsel, der etwa 4.000 Jahre dauerte. Die Polumkehr dauerte demnach doppelt so lang, wie es bisherige Studien errechnet hatten. Damals hat sich das Magnetfeld wohl zunächst mehrmals drastisch abgeschwächt, bevor sich seine Pole dann verschoben haben und sich dann komplett umgekehrt hatten. Somit verläuft eine Umpolung des Erdmagnetfeldes also deutlich langsamer als gedacht. Dennoch ist weiter offen, ob wir in der nahen Zukunft mit einer Poleumkehr rechnen müssen. Eine verlässliche Vorhersage lässt sich dazu einfach nicht treffen. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen. Wir sind auf der Erde Gefahren ausgesetzt. Supervulkane oder Asteroiden drohen uns ja auch. Extraterrestrische Staubschwämme. Eiszeit auf der Erde durch katastrophalen Asteroiden-Crash. Anklicken, anschauen und abonnieren. Und zwar diesen Kanal, Clixo Science & Future. Nur dann verpasst ihr nichts. Bis dann. Bleibt dran.